Die Formula One, der ultimative Wettbewerb. Autos von den hellsten Köpfen entworfen und gebaut und von wenigen Auserwählten bis ans Limit und darüber hinaus gedreht. Teams steigen auf und steigen ab, Fahrer kommen und gehen, aber die Echos der Vergangenheit sind immer zu höhen. Der Wettkampf in Arenen, die dem Zahn der Zeit widerstanden haben. Wo Triumph und Versagen nur durch Sekundenbruchteile getrennt sind, wo aussichtslose Situationen noch in Siege umgemünzt werden. Hier wird Geschichte geschrieben. Hier ist die Formula One. Der Wettkampf in Arenen Der Wettkampf in Arenen Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther Formel 1 2013 und wir fahren jetzt zu viert mit Abonnenten zusammen. Ich mit meinem Rennsitz Ja, die anderen können auch ruhig mal Hallo sagen. Jo, hallo. Hi. So, Wagensetup. So, wir fahren jetzt erstmal mit Qualifying. Das ist ehrlich gestehen, so ganz so oft bin ich jetzt selber noch nicht gefahren. Und wir schalten selber. Beim Fahren kann ich nicht ganz so viel quatschen, weil ich muss mich schon konsultieren. Scheiße. Das Lenkrad, das rückt schon mal richtig übelst, wenn ich in die Kurve fahre oder rausfahre oder über den Cursor. Und dann muss ich immer ein bisschen mitzählen, dass ich auch den richtigen Gang drüber hab scheiße fühle. Ach so. Deine Reifen sind ziemlich verdrängt. Rechne mit geringem Grip, bis sie wieder sauber sind. Autsch. So, ich habe meine Einführungsrunde gefahren mit 1,38. Der nächste Nitro Baller mit 1,44. Der nächste mit 1,49. Und meine war schon scheiße. Und der Alex kommt mit... Ja, meine ja. Ich habe mich voll gedreht. Ich habe mich voll gedreht. 2 Minuten 30? Ne, 2 Minuten. Ich habe mich voll gedreht. Direkt in der dritten Kurve oder so. Heileys Kanonenfutter. Mhm. Na dann. Egal. So, die Session startet. Wollt euch nur ein bisschen Fortsprung lassen. Ja, die ist klar. Du müsstest jetzt noch eine Runde dazukriegen. Ja. Jetzt kriege ich erstmal einen Applaus. Ja. Danke. Plätzlichtgewitter. Danke, danke. Multiplayer-Spielerstatistik. Top 15. Höchste G-Kraft-Querbeschleunigung mit 5. 2,85. So, jetzt geht es ums Rennen. Wir fahren 25%. Das dürften... 15 Runden sowas sein, ne? Ja, so ungefähr. Gibt ein etwas längeres Video. Ich schätze so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Oder? 25%. Wenn du im Trecker fährst. Hier, mein Button. Da muss ich auch nochmal in die Kamera zeigen. Für die... Achso. Einstellungen. Äh... Ja, auf die Strecke, ne? Rennen startet in 27 Sekunden. Ja, und auch mal herzlichen Dank an Marx Reiter. Und die haben nämlich das Spiel zur Verfügung gestellt. Und... Ich will euch das heute mal so ein bisschen vorstellen. Ich fahre übrigens Red Bull. verleiht Flügel Ach, Metzies ist so oder so besser Ja So Übrigens, ich fahre mit einem Trustmaster und einem Raceroom-Sitz Seid ihr bereit, Jungs? Ja Ich habe Curse und DLS Ich habe hier auf etwas weiter entfernten Knöpfen aber das ist schon ein Vorteil Oh, oh, Vorsicht, 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 Leute Schaden ist an, ne? Ja So Oh, Gamer, gib doch das Oh, Gamer Ich zieh jetzt rechts an dir vorbei Die Jungs jetzt da oben einzuholen wird nicht einfach Oh Problem ist, ich hab keinen Curse, ich hab den Button gerade umbegelegt Ist schlecht, ja Ich schauze jetzt nicht nur auf die Pfeife, ich hab den Kopf Ich steh jetzt mal auf die Pfeife, ich hab die Pfeife Ich die jetzt noch eingeholt kriege. DRS wird in dieser Runde aktiviert, denk dran, du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du maximal eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Und wenn ich weiter so scheiß fahre, kriegst du mich auf jeden Fall. Der Kämpfer ist los, push weiter! Wenn ich in eine Box gehe, kann ich meinen Kästknopf da belegen. Boah, der Nitro haut aber auch ab, ey. Ne, ich fahre voll schlecht. Ey, ich war auch ab. Kino. Kino kommt ganz schön ran. Ey, 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 ey. Das mal zu erklären, das DRS, das bedeutet, dass der Flügel hinten rumgestellt wird und man weniger Abtrieb hat und der Wagen wird dadurch leichter, weil er nicht mehr auf den Boden gedrückt wird. Und das Curse-System ist sozusagen noch ein Elektromotor, der dir noch mal ein paar zusätzliche PS gibt. Und in der nächsten Saison wird das ja so geregelt, dass die Autos nur noch irgendwie die Hälfte haben und dafür der Curse-Motor viel stärker wird. Die sind nicht auf der anderen Seite. Ich glaube, ich zumindest. Glaub' ich zumindest. Ich bin so weit hinten. 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 Und das Kerz sollte man eigentlich dann einsetzen, wenn man halt auf eine lange Gerade zufährt und raus beschleunigt. Und das Kerz. Nein, 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 wieder zurück. Ich hab mich aber auch verfahren, nur nicht so stark wie du. Ich hab mich erst mal voll quer gedreht. Mein zweiter Platz verlieren. Du erwarte dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp, diese Runde. Boxenstopp. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Die Reifen sind aber auch schon hin. Ich weiß hier gar nicht, wo die Boxen einfahrt ist. Ah, meine Reifen sind voll hinten. Nein. Ich weiß nicht, dass ich die Boxe nie verpasse. Ich denk an deinen Boxenstopp. naja, Boxenstopp ist cool, aber wo? Wird hier doch als hellblaue Linie angezeigt, oder? Boxenstopp, jetzt kriege ich neue Reifen und getankt wird wahrscheinlich auch? Nee, getankt wird doch nicht mehr, seit 2011. Ich hab nur lange nicht mehr geguckt, also, oh Gott, wenn ich das hier das letzte Mal geguckt habe, oh, meine Jungs haben einen guten Job gemacht. Alter Nitro, wie weit bist du weg? Ja, so ein bisschen. Hahaha, ein bisschen besser. Das Kerst. Was? Was? Wie hab ich mich denn jetzt gedreht? Was war das denn? Ich greife jetzt nochmal voll an, ja? Und den Nitro auf jeden Fall noch wegholen, ja, das kann ja so nicht sein. Und das wird nichts mehr. Bei deinem Vordermann wurden gerade harte Reifen montiert, der nächste Stehen wird länger. Vordermann hat harte Reifen gekriegt? Ich hab die Harten, ja. Dann musst du ja die Harten drauf machen lassen. Die Harten halten zwar länger, aber haben nicht so einen guten Grip. Aber war das nicht so, dass man einmal harte einmal weich machen muss? Keine Ahnung. Oh nein. Oh nein. Uh, oh, oh! Andere auf der Stelle. Der Nachteil hier bei dem Trust Der Trust Master ist, dass die Wippen nicht mitgehen Das ist ein Nachteil, dass man so rumgreifen muss Das Rennen ist für mich gelaufen, jetzt haben wir noch einen Flügel verloren Nie aufgeben Du campst immerhin noch um den 4. Platz oder ist der Ahnung schon der 4. raus? Keine Ahnung wo er ist Entschuldigung Boah, schön vom Herbst Ja, aber muss ich auf jeden Fall nochmal reingehen Eifenweich Boah Boah Oh, Nitro Ja Warte gesehen wie die mir, bei mir gegenüber Was? Ich hab dich irgendwie drauf nicht gerade gesehen Hab dich gerade nicht verstanden, es war gerade so blau Ich hab gesagt, ich glaub ich hab dich gerade gesehen Ich hab dich nicht gesehen Also ich hatte dich nicht gesehen Warte mal Na ja Ja, jetzt press ich nochmal her Was?! 47 Sekunden? Kann ja sein! 35 Das ist nochmal volle Konzentration. Ich habe kurz die Sicht durchgeschaltet, damit ihr das auch mal sehen könnt. 36? Ich komme dir näher. Ich bin 2 Sekunden schneller als davor. Was ist denn hier? Da liegt ein Bubble auf der Straße. Was ist denn da? Im Nachhinein überlege ich nicht ob ich auch lieber mit Lenkrad gefahren wäre. Ich finde Lenkrad jetzt nicht einfacher. Wenn ich mit dem Controller gefahren wäre, wäre ich auf jeden Fall schneller. Einfach nicht, aber wenn du sogar so noch schalten musst. Auch dann. Ja. 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 Ich verscheid mich alles, ey, dass die Sicht entschaltet. Ich verscheid mich alles, ey, dass die Sicht entschaltet. Will ich wenigstens noch die schnellste Runde raushauen. Aber ich kann kein DRS einsetzen. Das geht nur, wenn du hinter einem Gegner bist direkt, ne? Ja, eine Sekunde bei der Messungszone. Ich verscheid mich alles, ey, dass die Sicht entschaltet. Ach, fuck, Alter. Wieder gedreht. Ja, dafür spiele ich es einfach zu wenig. Ja, ich habe es ja auch schon ein bisschen öfters bespielt. Ja, und dann gerade mit Lenkrad, ne? Das ist immer ein riesen Aufwand, das Ding hier aufzubauen. Das ist vermutlich unsere Endplatzierung am heutigen Tag. Geh keine Risiken mehr ein und fahr unfallfrei im Ziel. Geh nicht mehr ein, der da ist. Ja, ich habe das Ding hier aufgenommen. Oh, das ist ja schon. jetzt werden die auch noch aufgehalten hier fahr vorbei ich werde nicht zu machen das ist auch eine zeitstrafe so ja so komme ich auf jeden fall vorbei läuft gerade gar nicht das dritte mal oder so gedreht mann schalt doch und durch ich müsste öfters fahren um das einfach zu machen aber ich habe die zeit nicht dafür schon schwer genug mit dem lenkrad aber es macht laune gerade mit lenkrad und mit dem sitz drinnen sitzt hier da gibt es ja richtige groß irgendwie ja und sauber schon wieder gedreht auf durch zweiter platz meine damen und herren zweiter platz ich habe gar nicht so viel zeit hinter dir ja von der bestzeit her ja ja 1 36 also da geht noch einiges ja also wenn ich das tatsächlich auch schon öfters gefahren wäre ja schreibt mal in die kommentare wie euch das gefallen hat und ob ihr sowas öfters sehen wollt auch dort zwei gefällt euch ja ganz gut also das erste video was ich hochgeladen habe das hat ja über 10.000 aufrufe das zweite noch nicht ganz so viel das hat nur ein bisschen weniger aber gerne immer wieder weil ja so racing games sind eigentlich das womit ich angefangen habe und deswegen bin das ganze auch überhaupt mit dem spielen angefangen habe also ich mag das sehr sieht er ja mit lenkrad und so weiter also ich versuche da schon ein bisschen ja von daher lasst einen daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat haut es drin vielen dank fürs zuschauen schüssikovski bis Tschüss. Tschüss.